Berno von Kramm ist ein deutscher Schauspieler und Synchronsprecher. Leben Der Sohn von Baron Burkhardt von Kramm und dessen Frau Franziska Geb. Pulvermann ist ein Neffe des Tennisbarons Gottfried von Kramm. Er absolvierte nach der Schule von 1956 bis 1959 die Kasekunden Max-Reinhardt-Seminar in Wien und begann seine Bühnenlaufbahn 1959 am Nordmarktheater in Schleswig. Als freischaffender Schauspieler gastierte er unter anderem an den städtischen Bühnen Augsburg, an der kleinen Komödie München, am Deutschen Theater München, Theater in der Josefstadt in Wien, Theater am Kurfürstendamm Berlin, Theater an der Wien, an den Vereinigten Städtischen Bühnen Krefeld und Mönchengladbach, am Staatstheater am Gärtnerplatz München, Staatstheater Stuttgart und Staatstheater Berlin. Zu seinen zahlreichen Theaterrollen gehörten Lysander in Ein Sommernachtstraum, Kleen in Der eingebildete Kranke, Horatio in Hamlet und Newton in Die Physiker. Beim Fernsehen sah man ihn in Fernsehspielen und Serien. Berno von Kramm ist daneben ein vielbeschäftigter Synchronsprecher, der bisher unter anderem in den Star-Track-Serien und in den Zeichen-Track-Serien Bienemeier, Die Simpsons, Darkwing, Duck und One Piece zu hören war. Er sprach auch für John Cleese als der fast kopflose Nick in den Harry-Potter-Filmen Harry Potter und der Stein der Weisen und Harry Potter und Die Kammer des Schreckens. Ebenfalls lieh er ab 1993 der Schweinedame Miss Piggy in der Muppet-Show seine Stimme. Kramms erste Ehefrau war von 1959 bis 1961 Maria Christine Pettac, die Tochter der Schauspielerin Susi Nicoletti und Ludwig Pettac. 1965 heiratete er die Choreografien und Schauspielerin Irene Mann. Filmografie, 1963. Lady Fred Erik, 1964. Nachtzug D106. 1965. 1965. Das Haus in der Karpfengasse, 1965. Paris muss brennen, 1966. Die fünfte Kolonne, ein Auftrag für. 1967. Der Tod des Ivan Ilyich, 1968. Eine Million Aufnummernkonto, 1969. Tag für Tag, 1969. Der Mann mit dem Glasauge. 1970. Prack, 1972. Privatdetektiv Frank Ross, Dollarhin, Dollarher. 1973. Tatort, Tote brauchen keine Wohnung. 1977. Es muss nicht immer Kaviar sein.